Was für ein Leben Max doch hat. Er arbeitet hart für sein Geld und hat noch einiges vor. Er will ein schickes Auto, ferne Ziele erkunden, sein eigenes Haus und eine tolle Familie. Ja, wenn da nicht die Realität wäre. Max arbeitet zwar hart für sein Geld, aber sein Geld nicht wirklich für ihn. Seine Zukunft von Aktienmärkten abhängig zu machen, ist ihm zu riskant. Bei seiner Hausbank bekommt er historisch niedrige Zinsen auf seine Ersparnisse und dann ist da noch die Inflation. Bei Festgeld zu diesen Zinsen kann Max sein Geld gleich im Garten vergraben und auch seine Träume vergessen. Aber Wachstum gibt es doch. Nur bei seiner Bank herrscht Stillstand. Ach ja, im Ausland müsste man investieren können. Die Lösung? Saavedo.de als offizieller Kooperationspartner das Handelsblatt bietet Saavedo europaweit attraktivere Rendite in Euro. Über das Saavedo-Konto kann er ganz einfach sein Geld in europäische Banken investieren. Kostenlos, bei garantiertem Datenschutz. Da sein Geld bis 100.000 Euro durch EU-Richtlinien geschützt ist, genießt er 100% Sicherheit. Mit Durchblick über die Situation der Banken in den verschiedenen Ländern. Und das alles ganz einfach und übersichtlich. Bei hohen Zinsen, durch europaweite Anlagemöglichkeiten und voller Sicherheit. Und so kann Max sich seine Zukunft wieder so ausmalen, wie er will. Nur, dass es keine Träume bleiben. Saavedo.